Kipasser Leute! Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding. Heute zeige ich euch einfach mal ein ganz gemütliches Personal Training. Ab dafür! Wie gesagt, heute nehme ich euch mal mit, habe ich glaube ich noch nie gemacht, auf ein Personal Training. Das ist der liebe Ben. Ben, was geht ab? Was geht ab? Schön, dass wir das mitfilmen dürfen. Wie lange arbeiten wir jetzt zusammen? Seit Juni. Seit Juni. Das Geile ist, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man das alles schön adaptiert. Und das einfach mal aufnimmt. Wir können hier mal ein Bild einblenden, wie er am Anfang ausgesehen hat. Und ihr seht jetzt, wie er mittlerweile aussieht. Da hat sich wirklich einiges getan. Und wir sind auch erst am Anfang der ganzen Nummer. Wir haben erst eine Einstellungsphase gemacht. Sehr, sehr nah an den Verbrauchskalorien. Dabei ist schon viel passiert. Dann das neue Trainingssystem eingeführt. Das zeige ich euch jetzt. Und mittlerweile würde ich sagen, rollt. Das ist ganz gut, ja. Auf jeden Fall. Heute ist Push-Tag. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie das so abläuft. Wir sind jetzt im dritten Satz. Push-Tag. Ben hat zwei Push-Tage. Einen mit Brustfokus. Einen mit Schulterfokus. Und wir arbeiten am Anfang mit einem Pyramidensystem. Sowohl bei der Schulterübung als auch bei der Brustübung. Und deswegen sind wir hier an dieser geilen, liegenden, dualen Brustpresse. Ihr kennt sie noch aus dem Video mit Wolf. Die ist ein absoluter Ego-Killer. Aber wenn man sich wirklich so ein bisschen in die reinfuchst, dann wird man auch schnell stärker. Das ist bei Ben relativ schnell gegangen, finde ich. Die Gewichte sind jetzt schon gar nicht mal verkehrt für die Maschine. Die sind nicht ohne. Und wir sind gespannt, wohin er jetzt noch will. Der nächste Satz wären zehn Wiederholungen. Wir haben anderthalb Minuten Pause. Also du hast noch ein bisschen. Wir haben uns jetzt mittlerweile mit der Maschine so ein bisschen eingefuchst. Ist halt wirklich sehr, sehr wichtig, dass man sich da hinten ins Polster reinpresst. Dafür ist es im Endeffekt auch da. Dann stabilisiert man sich über die Beine. Macht ein leichtes Hohlkreuz. Presst sich gegen die Brustwirbelsäule. Das bedeutet Schulter zurück, Brust raus. Leichtes Hohlkreuz. Und wenn man dann hier richtig schön auf unterer Brusthöhe runterfährt, führen einen die Dinger den Muskelfasern entlang und so nach innen. Und da ist eigentlich nicht mehr viel aktiv außer der Brust und ein bisschen Trizeps. Und natürlich ganz leicht vordere Schulter. Im Gegensatz zum Bankdrücken und zu anderen Übungen, bei der man über den ganzen Körper kompensieren kann, hast du diese Chance hier nicht. Plötzlich merkst du, wie viel du eigentlich effektiv aus der Brust drücken kannst. Und das ist viel weniger als eigentlich. Aber es knallt rein, ne? Ja, du kannst vor allem, das ist richtig geil, du kannst vor allem die ganze Zeit korrigieren, indem du dich einfach nochmal während der Wiederholung reindrückst. Und einfach nochmal richtig spürst, wie die Schulterblätter sich bewegen. Und nochmal einen schönen Technik-Check machen kannst. Vor allem bei den letzten Raps ist das geil, ist das krank. Klappt bei dir auch gut. Das sieht man, du drückst gar nicht zu weit raus, die Schulterblätter kommen nicht vor. Ja. Das ist richtig geil. Hier beim Pyramiden-System ist es dann halt so, du machst deine Steigerung pro Satz, machst aber weniger Wiederholungen. Wenn du irgendwann zum Beispiel merkst, scheiße, das war jetzt verdammt schwer, dann musst du halt überlegen, was mache ich jetzt vom nächsten Satz aus? Also was mache ich für den nächsten Satz? Eigentlich geht es nur darum, irgendwie zu steigern, um das System beizubehalten. Das heißt, selbst wenn es jetzt 1,25 Steigerungen wären, würde das zwar irgendwie bedeuten, man hätte vorher ein bisschen schlecht kalkuliert, aber es wäre immer noch in Ordnung. Ich sage zu mir immer, ich mache das System auch, ich habe einen großen Fail, wenn ich merke, ich habe mir zum Beispiel 15 Raps vorgenommen mit einem Gewicht und danach wollte ich hochgehen und 12 machen und ich merke, ich schaffe schon jetzt nur 12, dann habe ich verkackt. Dann weiß ich, ich habe falsch kalkuliert. Ich muss das Gewicht also beibehalten. Gut, beim nächsten Mal weiß ich es besser. So, 8 Raps. Wir sehen das, wie schön er sich hier fixiert. Funktioniert perfekt. Pedal treten, einmal wirklich runterdrehen. Dieses runterdrehen ist, als würdest du die Stange biegen wollen. Dadurch festigst du dich, ziehst die Schulterbrenner zusammen. Leichtes Hohlkreuz und dann einfach runterlassen in den Stretch. Das war die erste Übung, wie gesagt Pyramidensatz. Heute ist Brustfokus. Jetzt gehen wir an die nächste Übung. Machen wir meistens eine Variante für die obere Brust. Viele machen die gerne zum Anfang. Kann man natürlich auch machen. Wenn man generell ein Brustdefizit hat, würde ich empfehlen, fast nur noch Übungen für die obere Brust zu machen. Das ist das, was den Effekt ausmacht. Den ganzen optischen Effekt. Aber ansonsten halte ich sehr viel davon, das relativ gleichmäßig zu trainieren. Also gehen wir ab zur nächsten Übung. Nächste Übung ist Schrägband Kurzhanteln. Man muss bedenken, wir sind jetzt schon gut vorbelastet und jetzt kommt die obere Brust ran. Und 4x12 wollen wir hier machen. Weil wir ja vorher schon wirklich viele Sätze hatten, hauen wir hier einfach 4x12 hinterher. Wir sind warm, die Gelenke sind bereit. Ist halt auch immer sehr geil zu sehen, wenn man viel an Technik und sowas arbeitet und das mit der Zeit auch wirklich gut funktioniert. Auch hier achten wir wieder darauf, er ist stabil. Er legt sich auf die zurückgezogenen Schulterblätter. Drückt den Brustkorb hoch. Er lässt die Hanteln schön weit runter in den Stretch. Drückt sie nach oben, aber nicht ganz durch. Führt die Ellbogen nur gefühlt ganz leicht nach innen beim Drücken. Dadurch fährt er den Muskelfasern entlang. Und man sieht auch so richtig, wie die sich heben. Da sieht man, wie sie arbeiten. Genauso wollen wir das auch haben. Was ich halt immer mache, was auch ein bisschen gemein ist, was aber auch ungemein hilft, ist, dass ich so ein bisschen die Pausenzeiten im Blick habe. Ich habe für jede Übung spezifische Pausenzeiten. Und die sind immer so ein bisschen an die Übung angepasst. Je nachdem, wie anstrengend ist, wie viel Muskeln involviert sind und so weiter und so fort. Und wie die auf die Puste gehen. Auf geht's! Langsam aber sicher soweit. Ben pusht sich schon wieder ein bisschen mit Motivation. Macht er gerne, der hat dann immer was im Ohr. Machen viele von euch bestimmt auch. Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr so hört. Du musst hier tatsächlich auch immer abwägen. Du selbst merkst ja, wie schwer das wird, während du den Satz machst. Aber das liegt auch daran, wie du die Übung ausführst. Du kannst dich da irgendwie so durchpeitschen. Oder du kannst wirklich jede Wrap anständig mitnehmen. Und dann ist es nicht unnormal, dass du irgendwie nach sechs oder sieben merkst, Alter, was passiert denn hier? So leichtes Gewicht schwer machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich würde da das Ego hinten anstellen. Wenn du sieben Stück schaffst, voll in den Muskel rein, Muskelversagen, ist es besser als zwölf Stück mit Schultern rausdrücken. Deswegen immer schauen, dass das passt. Heute ist Brustfokus. Das bedeutet, wir landen noch bei einer weiteren Brustübung. Und höchstwahrscheinlich ist es die Gemeine. Sehr schön. Der absolute Ego-Killer, mit dem Wolf auch seinen Spaß hatte. Da gehen wir jetzt hin. Butterfly, Schrägbank, Plate Loaded. Dritte Übung. Da landen wir dann hier. Wir wollen so ein bisschen eine Butterfly-Übung machen. Vollen Brustmuskel mitnehmen. Und da der hier noch erhöht ist und Plate Loaded, ergeben sich so ein paar Dinge, die die Übung verdammt schwer machen. Nämlich einmal die Erhöhung. Zweitens, Plate Loaded ist immer ein bisschen schwerer von der Übersetzung. Und du musst auch sehr, sehr viel selbst übernehmen von der Stabilität. Und das macht die Übung verdammt schwer, wenn man sie richtig machen will. Bei Ben klappt das mittlerweile aber ziemlich gut. Wir sind auch hier relativ anständig unterwegs. Wir fangen einfach mit 5 Kilo an, damit die sitzt. Was wir hier machen, Brusthöhe greifen auf beiden Seiten. Schulter zurück, Brust raus. Wirklich Schulterblätter zusammenziehen. Arme freezen. Genau. Zumachen, während die Schulterblätter immer noch hinten sind. Und beim Zumachen so leicht die Ellbogen nach innen reinneigen, um den Brustmuskel noch ein bisschen mehr mitzunehmen. Und dann merkst du sehr schnell, dass die Übung dir gar nicht so viel Gewicht erlaubt. Sehr gut. Man sieht es dann auch hier, wenn jemand so ein bisschen auf dem Niveau ist, wie es bei Ben mittlerweile ist, kann man wunderbar sehen, dass der Muskel dir erzählt, ob er getroffen wird oder nicht. Hier ist er quasi so weit oben am Ende. Viel höher geht gar nicht. Wir hatten eben noch überlegt, also klingt jetzt blöd, ja, aber ihr habt es auch in dem Video mit Wolf gesehen. Die Übung ist scheiße schwer. Bei den meisten fange ich hier tatsächlich ohne Gewicht an, weil allein die Bewegung schon den Brustmuskel so forciert, dass du wirklich merkst, was du tust. Die Arme wiegen auch ein bisschen was. Und so lernst du es eigentlich am besten, wenn du einfach erstmal so rangehst und du wunderst dich, dass du nach 4,745 trotzdem Pump hast. Mittlerweile sind wir hier, ist auch die dritte Übung, muss man sagen, bei 5 Kilo angekommen. Das ist absolut ausreichend. Bis zum nächsten Mal. Tschüssiih! 사고 BCOM und BICANE BCOM 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 Ich mach mal noch eine. Mach auf und komm ran. Ellbogen zu. Komm. Ja, das reicht uns. Mit was für einem Ziel bist du zu mir gekommen? Das Ziel war erstmal nach sieben Jahren Bodybuilding, dann nochmal das volle Potenzial rauszuholen. Weil man merkt halt, es sind halt wirklich die kleinen Dinge. Also das hat man halt auch bei Mike gemerkt. Ich bin ja wirklich jemand gewesen, der hat sich viel mit der Thematik auseinandergesetzt. Ich habe viele Zeitschriften gelesen, Bücher. Man hat sich mit ganz vielen Menschen unterhalten, hat mal alles ausprobiert. Und man hat dann doch nochmal den Unterschied gemerkt, was das heißt, wirklich jemand an die Hand zu bekommen, der halt sagt, hier, es sind die kleinen Dinge, Ernährung. Es ist wirklich, es ist halt ein Witz, aber nichts mit 80, 20 Training Ernährung. Es ist 105 Prozent Ernährung und 100 Prozent Training. Es ist einfach so. Ja, wir haben tatsächlich an beiden Schrauben sehr viel gedreht. Das macht schon was aus. Und ich sage es immer wieder, es ist ein riesen Unterschied, ob du den Muskel zu 40 Prozent triffst oder zu 80. 100 geht halt nicht, weil du hast immer Synergisten. Aber ich sehe es halt oft, dass der Muskel eigentlich bei keiner Übung so richtig mitgenommen wird. Wenn dann immer nur so zum Teil. Und das liegt oft daran, dass zu viel Gewicht genommen wird. Wenn man das alles resetet, dann ist das Training plötzlich ein Faktor, der sehr viel ausmachen kann. Ja, dann wären wir mit Brust durch. Wir wollen auch ein bisschen Schulter machen. Sehr gut. Ja, in dem Fall gehen wir zur Plate-Loaded-Schulterdrückmaschine. Die ist ziemlich geil. Auf geht's. Da sind wir jetzt, bei der Plate-Loaded-Schulterdrückmaschine. Auch hier sehr geil, es gibt eine Dropset-Funktion. Also wenn irgendwas ist, kann das Pedal gedrückt halten und dann einfach die Hebel runterziehen. Und dann haut das Gewicht nach hinten. Das würde aber wahrscheinlich wieder mal nur passieren, wenn wir versagt haben. Wollen wir nicht. Es gibt auch hier wieder ein Pyramiden-System und hier ist es besonders gemein. Wir arbeiten auf Raps. Wir wollen im ersten Satz 20 und wir gehen dann immer so um zwei bis drei Raps runter und versuchen trotzdem ein bisschen Gewicht zu steigern. Das heißt, wir pumpen die Schulter einfach noch ein bisschen auf. Hier ist gar nicht so viel Raum für viel Gewicht, denn wir haben vorher schon sehr, sehr viel geballert. Heute war mehr Brustfokus. Bei der Brust wurde mehr auf Gewicht geachtet. Hier wollen wir Wraps abarbeiten und das machen wir jetzt. Die Ellbogen ein bisschen weiter vorfahren. Genau. Was hier sehr gut funktioniert an dieser Maschine, du willst ja auch über dich wegdrücken. Deswegen musst du auch dein Ellbogengelenk wieder anpassen, dass es nicht nach hinten wegknickt, wenn du runterkommst. Du lehnst dich auch hier wieder auf die Brustwirbelsäule. Schulter zurück, Brust raus, stabilisierst dich und dann kannst du wirklich sehr, sehr gut durchdrücken. Du gehst so bis Kinnhöhe runter, lässt die Ellbogen eher nach vorn einfahren und dann kannst du durchdrücken. Was wir hier noch wirklich ein bisschen machen können ist, dass wenn du runterfährst, das ist hier wichtiger als bei allen anderen Übungen, weil du ja nach hinten wegdrückst. Das heißt, wenn du deine Ellbogen in einer normalen Position hast im Kopf, dann fallen die dir nach hinten weg, aber du merkst es nicht. Die musst du beim runterfahren so ein bisschen vorlassen, so ganz leicht, dann passt das. Das hat gesessen. Schulterblätter zurück und vom Griff her müssen wir mal schauen, dass wenn du unten auf Kinnhöhe bist, dass die nicht nach außen geneigt sind. Wenn überhaupt so, ganz leicht nach innen wäre auch noch in Ordnung. Ich glaube, das ist immer bei mir so diese Kopfsache. Wenn ich weiter außen greife und beim runtergehen das erste Mal, dann erst mal ein besseres Gefühl habe, wenn ich in der Schulter bin, aber ja, ja, am Anfang ist dann so dieses Trizeps-Ding. Am Anfang muss ich mich erst mal dran gewöhnen, okay, fühlt sich jetzt gar nicht so wie die Schulter an. Wenn du dann aber Kinnhöhe wieder hochdrückst, dann hast du es, genau. Das nächste Ding ist meistens, je weiter runter du gehst ab Kinnhöhe, desto mehr wird einfach biomechanisch automatisch dein Gelenk eingedreht. Es geht gar nicht anders. Dann fängst du halt an, hier vorne rumzuschaben und das ist nicht cool. Das sieht man jetzt sehr gut. Wir haben die Kinnhöhe-Position. Die Ellbogen sind am besten gerade ausgeneigt. Wenn das Gelenk nach vorne eingedreht ist, dann ist es sogar okay, wenn sie ganz minimal nach innen geneigt sind. Er schiebt über den Handballen, das ist hier völlig in Ordnung, und dann Schulter zurück, Brust raus und los geht's, 17. Gut. Als nächstes auf dem Plan, Seite heben. Da werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir hier kurze Pausen einhalten und immer wirklich intensiv rausholen die Dinger. Vor allem mit der Vorermüdung jetzt wird das sehr, sehr interessant. Ab geht's. Das ist übrigens der Ben aus dem Video, aus dem Mindset-Talk-Video, als ich über Talent geredet habe. Der Typ hat eine unfassbar kranke Genetik, aber hat anfangs gerne mal so ein bisschen eingehalten, dann mal wieder so nicht und hat trotzdem gut ausgesehen. Ich habe ihm da mal so eine Ansage gemacht. Das kann aber wohl nicht wahr sein, dass du mit deiner Genetik so eine Scheiße machst. Du könntest so krass aussehen. Seitdem. Brutal. Bis zum nächsten Mal. Du arbeitest sowieso auf Wraps, du arbeitest auf Volumen beim Seitheben, schaust, dass du es wirklich sauber machst und du wirst von Satz zu Satz merken, wie unfassbar das schmerzen kann. Halten wir so, bleiben wir gespannt. Also sobald du willst, kannst du dich hinsetzen. Jetzt, warum ich das sage, es ist nicht so, dass es leichter wird, wenn man sich hinsetzt, ganz im Gegenteil. Was gar nicht schlecht ist, ist, dass du halt wirklich, wenn du größere Handeln nimmst und du willst wirklich ganz vom Ansatz starten, dann kannst du dich hier ein bisschen vorbeugen. Du kannst unter deinen Beinen starten, nimmst die Schultern trotzdem zurück und im Hochziehen richtest du dich noch auf. Dadurch hast du ordentlich Belastung auf dem Schultermuskel. So, wir probieren es aus. Der Trick ist, ganz vorne hinsetzen, drunter Raum schaffen. Man darf vorgebeugt starten, da würden jetzt viele sagen, dann ziehst du nur aus dem Nacken. Wenn du dich im Aufrichten wirklich dann auf die Schultern konzentrierst, Schulterblätter zurück, Ellbogen anheben, dann ist das egal. Nimm ein bisschen Nacken mit, hast du im ganzen Schultertraining sowieso meistens dabei. Wichtig ist, genau, Ellbogen hochziehen, dann kannst du auch so ein bisschen mitschwingen, triffst aber immer noch sehr, sehr gut. Komm, wenn du nur über das Schwingen arbeitest, quasi wird es leichter, klar, aber das ist ja das, was ich eben gemeint habe. Wenn du unten anfängst, Schulterblätter hinten und dann im Aufrichten auch noch hochziehst, dann ist das rein wirklich dieser Muskel und das tut bösartig weh. Wichtig ist, welcher Impuls zustande kommt und das ist ja immer dieser hier. Wenn du nicht mehr kannst, dann kommst du eben nur bis hier hoch. Das ist immer noch wirksamer, als wenn du anfängst, den Flattermann zu machen. Also wirklich, bleib weiter in der Bewegung, selbst wenn sie nur noch im Ansatz folgt, in den letzten Raps, ist das immer noch effekt. Das haut schon gut rein. Also machen wir weiter. Ich glaube, Trizeps jetzt, jetzt kommen Dips an der Play-Loaded-Maschine. Oh ja. Machen wir. Hier haben wir auch ordentlich Spaß, indem wir beides maximal rausholen. Er lehnt sich nach vorne, gewährleistet dadurch, dass er, wenn er drückt, wirklich aus dem Ansatz auch der Brust drücken kann. Beim Drücken richten wir uns dann schön auf. In der Endposition spannen wir nochmal die Brust an, drücken die Ellbogen so ein bisschen zusammen. Und dadurch haben wir auch durch das volle Durchdrücken komplett den Trizeps involviert. Das heißt, du hast hier das Beste aus beiden Muskelgruppen, die hier mittrainiert werden. Und so wird die Übung wie immer scheiße schwer. Genau dieses Tempo versuchen wir hier auch zu halten. Sehr gut. Vor, lassen hoch und aufrichten beim Durchdrücken. Zack. Bisschen mehr ausreizen, oben ein bisschen fühlen. Drei. Sieben. Komm schon. Acht. Neun. Aufrichten. Zehn. Aufrichten. Elf. Mehr. Zwölf. Dreizehn. Nochmal. Ende. Dann gehen wir zur French Press. Letzte Übung für heute. Bisschen Trizeps noch mitgenommen. Übrigens halt Dips in jeder Variation einfach eine sehr geile Übung für Push-Tage. Brust und Trizeps. Ziemlich geil. Okay. French Press. Zwölf Stück. French Press Effekt maximieren. Oberarme steif. Wirklich deswegen auch Skull Crusher. Weit runter gehen bis zur Stirn. Überstreckung mitnehmen. Und dann schön nach oben durchdrücken. Wenn du hier fixierter bist, kannst du den Hebel hier drauf vergrößern. Klar kannst du mehr Gewicht bewegen, wenn du das Ding schön nach hinten mitgehen lässt. Dadurch aktiviert sich der Lat. Und du machst so halbe Überzüge draus, kann man auch machen. Aber vor allem jetzt als letzte Übung in dem Fall, einfach um nochmal den Muskel mitzunehmen, würde ich isoliert und sauber arbeiten. Und die fetzen halt auch, wenn man die so macht. Wenn man den Oberarm wirklich steif hält, werden das fiese Schmerzen. Überschreckung und komm. Gut. Einer. Und go. Sehr gut. So, alles in allem mit den ganzen Pausenzeiten und so weiter. Wenn man da ein bisschen nachguckt, ist man so Pi mal Daumen immer nach einer Stunde durch mit dem Training. Und man ist dann halt auch wirklich durch. Das reicht dann auch. Weißt du, deswegen ist es hier dann auch wichtig, zum Beispiel bei der letzten Übung, mich großartig zu ballern, zu überstrecken, da irgendwie so einen Latz-Stretch mitzunehmen. Sondern wirklich fixier dich hier. Dann fungiert der Unterarm als Hebel für den Trizeps. Überstrecke, streck durch. Passt. Easy. Wenn du das ganz gemein machen willst und die Ellbogengelenke das vertragen, kannst du immer schauen, dass die weitestgehend zusammenbleiben. Dadurch potenzierst du den Effekt noch so ein bisschen, weil du mehr Druck hier draufkriegst. Wird aber sehr schwer. Die geben dann schnell nach. Das muss ich gefühlt alle zwei bis drei Reps immer nachholen, weil die mir einfach immer auseinander driften. Aber das ist ein geiler Trick. Ich glaube, das macht auch viel vom Gefühl aus. Also vor allem, als du mir das gesagt hast, auch bei den Überzügen. Und hier einfach immer drauf fokussieren. Das muss ja nicht mal effektiv ein Riesenhebel sein, aber einfach nur schon der Gedanke daran, die zusammenzuschieben. Du hast so einen Druck auf deine Ärmeln. Nein, das ist auch hier perfektioniert mittlerweile, möchte ich meinen. Sieben. Konzentrische Phase. Acht. Deutlich explosiver als exzentrische. Neun. Rückweg wirklich genüsslich mitnehmen, den Hebel. Und dann explosiv raus damit. So weit es noch geht. Und komm. Komm hoch. Mach das nochmal. Lass ganz zurück. Ich komm mit. Oberarm steif. Ich komm mit. Luft, Luft, Luft. Okay. Schau dich an. Zufrieden, ausgepumpt. Sehr, sehr gut. Geiles Ding wie immer, Mann. Ja, das ist der gute Ben. Willst du ein bisschen plakativ sein? Willst du dich ein bisschen zeigen und so? Sollen wir deinen Insta-Namen einblenden? Ja, kann man ja. Wir machen. Wir blenden mal seinen Insta-Namen ein. Weil du dokumentierst es gar nicht so krass, oder? Das Tränen? Ja. Okay. Also ein bisschen. In der Story halt. Genau jetzt setzt die Musik wieder ein. Wir machen hier Feierabend. Ich hoffe, euch hat einen kleinen Einblick ins Coaching gefallen. Wenn ihr davon mehr wollt, schreibt es doch in die Kommentare. Lasst ein Abo auf dem Kanal da. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Boom. 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 Boom.